Vielen Dank fürs Einschalten. Lesen ist für mich persönlich zu 99 Prozent Bullshit. Zu 99 Prozent. Warum das so ist, dazu kommen wir noch im Laufe des Videos. Und was du tun solltest, wenn du gerne liest, werde ich dir dann hier im Video auch nochmal aufzeigen. Also, der Danny hat mich gefragt, welches Buch ich ihm schicken kann. Also welches Buch ich ihm empfehle. Ich verschicke keine Bücher, aber ich kann Bücher empfehlen. Ich habe das auch tatsächlich gemacht, aber dazu später ein bisschen mehr. In erster Linie solltest du mal erklären, bist du jemand, der gut durch Lesen lernt, der das gut aufnimmt, der gut in den Fokus kommt, der sich auch wirklich viel merken kann. Oder bist du vielleicht der auditive Typ, dann wäre Podcast für dich besser geeignet, wenn du spazieren gehst, wenn du zum Training gehst, wenn du einkaufen gehst, wenn du Auto fährst. Podcast-Folgen gibt es ja auch, jede Menge zu allen möglichen Themen. Oder bist du mehr der visuelle Typ, das heißt also, du musst was sehen, zum Beispiel ein YouTube-Video oder sonst was. Oder du bist vielleicht mehr der haptische Typ, also du musst was mit deinen Händen machen, du musst es erleben, damit du das einfach besser lernst. Diese Frage solltest du mal für dich klären. Wenn du ein Mensch bist, der nicht gerne liest oder nach 5 Minuten Lesen einschläft, dann ist das schon mal nichts für dich. Das ist schon mal das allererste. Und jetzt kommt es aber zu der eigentlichen Krux an der Geschichte. Warum Lesen in 99% aller Fälle Bullshit ist? Naja, die meisten Menschen konsumieren nur. Die lesen das Buch, okay, wunderbar, 300 Seiten, klappen das Buch zu, ja, war ein geiles Buch. Und dann eine Woche später lesen sie das nächste Buch. Und so kannst du im Leben 3, 4, 500, 1000 Bücher lesen und kannst nichts aus den Büchern gelernt haben. Also es ist doch besser, ich lese vielleicht im Laufe meines Lebens 5 Bücher oder 10 Bücher und werde zum Umsetzer. Bedeutet, ich arbeite aktiv mit diesem Buch. Ich markiere mir gewisse Seiten, unterstreiche mir wichtige Passagen und setze die um. Lesen ist Bullshit, wenn du das nicht umsetzt, okay? Bedeutet also, lieber ein Buch, das vernünftig 2, 3, 4 Mal gelesen, gearbeitet, Passagen genommen, in der Praxis, draußen, in der freien Welt umgesetzt, zur Gewohnheit gemacht. Die Dinge, die dort drinstehen, zur Gewohnheit machen. Sonst hast du einen riesen Streuverlust. Und du kannst es selbst anhand deines eigenen Daseins, würde ich mal sagen, überprüfen. Schau mal, das letzte Buch, was du gelesen hast, was du daraus gelernt hast. Das sind vielleicht 2 oder 3 Sachen. Bücher sind oft Füllhörner mit jeder Menge Makulatur. Super. Also im Prinzip liest du 10 Seiten und hast vielleicht einen Schlüsselsatz oder eine Sache, die auf der Seite steht, die du umsetzt. Aber man kann jetzt natürlich kein Buch mit 10 oder 15 Seiten schreiben, weil dann wäre es ja wieder eine Zusammenfassung und dann wäre ich ja an einem Tag schon mit dem Buch durch. Bedeutet also, da wird furchtbar viel drumherum inszeniert und gemacht, damit man möglichst lange an diesem Buch hat, oftmals mehrere Wochen dann, wenn man jeden Tag ein bisschen liest. Das heißt, das ganze Lesen wird dir nichts bringen, wenn du diese Makulatur, diesen Schnitt, diesen Verschnitt noch mit in dich aufnimmst. Bedeutet also, wenig Bücher lesen, ein Thema bearbeiten und das umsetzen. Hast du mal versucht, 10 Fremdsprachen gleichzeitig zu lernen? Wahrscheinlich nicht. Wird dir auch nicht gelingen. Wie soll das denn funktionieren, wenn du eine Woche Englisch machst, dann machst du eine Woche Spanisch, eine Woche Chinesisch, eine Woche, was weiß ich, keine Ahnung, ja? Dann wirst du nicht viel lernen draus. Und so ist es ja mit dem Lesen auch. Also lieber ein vernünftiges Buch und ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist und das dann umgesetzt. Jetzt willst du bestimmt wissen, welches Buch ich dir empfehle. Ich empfehle dir natürlich mein neues Buch. Nein, Quatsch, ich habe kein Buch geschrieben, ja. Dafür bin ich zu dumm. Das kriege ich hin, ja. Aber es kommt natürlich darauf an, in welche Bereiche du reingehen willst. Willst du in den Bereich Wirtschaft, in den Bereich Sport, wissenschaftliche Themen, was dir Freude bereitet, wo du weiterkommen willst. Wenn du ein Umsetzer bist, dann zählst du zu den glücklichen 1% und dann arbeite und setz um, setz um, setz um, setz um. Sonst würde es dir alles nichts nützen. Okay, ich wünsche dir trotzdem viel Spaß beim Lesen. Wenn du jemand bist, der gerne liest, weil er einfach gerne liest, ja, dann machst du doch. Dann ist das vollkommen in Ordnung, ja. Aber wenn du wirklich dir Erfolg durch Lesen versprichst, umsetzen. Gut, jetzt haben wir es oft genug gesagt. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ja, schau auch hier im Kanal. Hier findest du jegliche Themen zur Weiterentwicklung auf körperlicher Ebene bezüglich Mindset, ja, das Wort ist abgetroschen und ausgelutscht. Ich weiß, ich habe aber kein besseres. Bezüglich Dynamiken im Menschen, wie du mit Niederlagen umgehst, wie du mit Druck umgehst und, und, und. Das findest du alles hier auf dem Kanal, alles gratis. Da kannst du dich gerne mal so richtig durchwühlen. Ja, ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg und wir sehen uns in den nächsten Videos. Dein Coach Alex. Dein Coach Alex.